Unsere kleine Diva fährt dann wieder nach Hause, aber ich habe das ja beobachtet, ich habe sie mal auf der Autobahn gesehen, die guckt immer wieder zur Seite oder nach hinten, du musst dir mehr zum Wetter beitragen, dass sie nach vorne guckt, die fährt und irgendwann geht sie mal auf die Karte oder so, nee, ehrlich, du musst die Höhe.